Die Slaven stellten nie ein einziges Ganzes im wahrsten Sinne des Wortes dar. Sie hatten, wie jede ethnische Gruppe, schon immer kulturelle, sprachliche und territoriale Unterschiede. Diese anfänglichen Unterschiede waren lange Zeit unbedeutend, verstärkten sich dann aber durch Umsiedlungen und Kreuzungen mit anderen ethnischen Gruppen. Nach den ersten Umsiedlungsimpulsen zerfiel die slavische Einheitsgemeinschaft in einer Reihe neuer Formationen, die in den folgenden Jahrhunderten schließlich Gestalt annahmen. Es ist seit langem kein Geheimnis mehr, dass die heutigen westlichen, nordwestlichen Gebiete des heutigen Polens und die östlichen Gebiete des heutigen Deutschland ehemalige slavische Gebiete sind. Dieses Land wurde einst von vier Stammesverbänden bewohnt. Dies sind die polabisch-pommerschen Slaven. Weiter westlich ließen sich die Obodritz und Lyutichs nieder. Im Süden lebten auch die Lausitzer, die auch Sorben genannt wurden. Und das vierte Bündnis bestand aus den Pommern, den sogenannten Kaschuben. Etwa 500 Jahre lang waren diese Stammesverbände einer Ausweitung ausgesetzt, sowohl durch die Deutschen einerseits als auch durch die Polen andererseits. Der Vorteil lag mal auf der einen, dann auf der anderen Seite. In regelmäßigen Abständen strömten Wellen fliehender Vertreter dieser Gewerkschaften in das heutige Gebiet der Weißen Ruß und in die Region Pskonow-Gorod. Die Polen halfen den Deutschen sehr fleißig bei der Germanisierung dieser Slaven durch die Deutschen und ihrer Polierung durch die Polen. Aber bis heute bleiben die Überreste dieser Slaven auf dem Land des modernen Deutschlands, und heute leben dort 60.000 Lausitzer Serben sowie Kaschubier in Polen. Einigen Quellen zufolge gibt es immer noch etwa 500.000 Menschen, die sich als ethnisch betrachten. Nicht Polen. Und das trotz jahrtösendelangem Völkermord auf beiden Seiten. Es gibt auch zahlreiche Informationen über die sehr enge Beziehung der baltischen Slaven zum russischen Volk, insbesondere zu den Nordrussen. Dafür gibt es archäologische und sprachwissenschaftliche Beweise. Einwanderer aus den südlichen baltischen und polarbischen Ländern gründeten Städte in der Neuen Ruß, um der Verfolgung durch die Deutschen und Polen aus dem Gebiet der Alten Ruß zu entgehen. Die Tatsache, dass eine bedeutende Migration von Polabskaya und Pommerschen Ruß nach Ruß im Osten stattfand, wird auch durch die Namen der Städte belegt, die bis heute erhalten sind. Einwanderer aus Leipzig gründeten das heutige Lipetsk, das in Zentralrussland liegt. Unter den Obodriten gab es eine solche Stadt, Starograd, das heutige Oldenburg. In der Neuen Ruß gründeten Menschen aus dieser Stadt das moderne Novgorod, das in der Nähe der Stadt St. Petersburg liegt. Der Vereinigung der Obodriten gehörte der Stamm der Smolensk an, der auch die Stadt Smolensk gründete. Im Allgemeinen umfasst das heutige Polen derzeit die Gebiete der Polabisschen und Pommerschen Slaven, nämlich in Schlesien und Pommern sowie in Ostpreußen.